Google, was ist die offizielle Währung in El Salvador? Die Währungen sind Bitcoin und US-Dollar. Und damit ganz herzlich willkommen, meine lieben Kapitalisten-Schweinchen, zu einem neuen Video. Ich bin Sebastian. Im heutigen Video möchte ich kurz ein kleines Update zu den Kryptowährungen geben und auch natürlich ebenfalls mal heute live auch gleich mal ein bisschen was nachkaufen an Kryptowährungen, denn der Markt hat doch stark nachgegeben. Wir haben Kursverluste von 50%, 55% teilweise und da denke ich jetzt doch mal wieder ein ganz schöner Einstiegspunkt, um mal ein bisschen Kapital nachzuschießen. Ich bin ja investiert aktuell nur mit 150 Euro. Ich habe jetzt noch einmal 100 Euro überwiesen. Das könnt ihr hier links in der App sehen. Ich habe einmal mein Handy gespiegelt. Hier können wir sehen, 100 Euro sind verfügbar und der Wert des Portfolios aktuell beträgt 686,04 Euro. Es war mal deutlich mehr. Ich war mal bei etwas über 1300 Euro und jetzt aktuell ist es ein bisschen geschrumpft und der Gesamtwert ist mit den 100 Euro, die ich jetzt noch offen habe, 786 Euro. Also wir haben allerdings letztendlich zwei gute Nachrichten. Bitcoin ist nun ein offizielles Zahlungsmittel in El Salvador und zudem kann man nun bei der Bison App, wenn man noch nicht investiert ist und neu investieren möchte, mit einem Werbelink, den ich jetzt mit in die Beschreibung hineingeben werde, sowie den Code dafür, sogar 15 Euro bekommen, wenn man mit wenigstens 50 Euro in Kryptowährungen handelt. Je nachdem, welche Kryptowährung man möchte, ist ja nicht schlecht. Da startet man schon einmal mit 30%. Aber schauen wir schon mal hier rein. Also aktuell, wie du hier siehst, ich bin noch überall weit im Plus. Bei Ripple 192%, Ethereum 447%, Litecoin 170%, Bitcoin Cash 126% und Bitcoin 67%. Ja, bei Bitcoin seht ihr noch eine kleine Änderung zum vorherigen Video. Da war ich ja nur mit 11 Euro investiert. Und dann möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken an die zwei Leute, die meinen Werbelink genutzt haben, meinen Affiliate Link, um sich hier bei der Bison App anzumelden und auch davon profitieren zu können. Denn es ist immer ein Geben und Nehmen. Man bekommt selber 10 Euro und natürlich der Geworbene bekommt 10 Euro dann in Bitcoin gutgeschrieben. Und jetzt ist es aktuell sogar erhöht auf 15 Euro. Deswegen mit dem Abschlag jetzt von Bitcoin und natürlich die 15 Euro extra, wenn man für 50 Euro investiert, ist es nicht schlecht. Dann startet man immerhin schon mit einem Plus von 30%. Schauen wir nun einmal rein. Also im Jahresvergleich sieht man da schon ganz schön Bitcoin, wie es sich entwickelt hat. Ich gehe einmal rein und wenn wir jetzt ungefähr den Höchstkurs hier anpeilen, da haben wir doch schon Rückschläge von 39,16%, was auch ziemlich viel ist. Bei Ethereum sieht das noch ein bisschen krasser aus. Da haben wir 41% Kursrückgänge. Bei Litecoin ist das Ganze glaube ich noch ein ganzes Stück stärker. Da sind wir bei 55% Kursrückgänge ungefähr. Und bei Ripple ähnlich. Da sind wir bei 54%, so gut wie ich es zumindest jetzt hier mit dem Daumen anklicken kann. Also doch deutliche Abschläge jetzt aktuell bei den Kryptowährungen, genauso wie auch bei Bitcoin Cash. Da sind wir sogar bei 60,43% im Minus aktuell zum Vergleich zu den Allzeithochs von vor einem Monat ungefähr. Und deswegen möchte ich das ganz gerne nutzen und auch hier mal live nachkaufen, um zu zeigen, wie das Ganze denn nun funktioniert. Wenn du mehr über die App an sich wissen möchtest, verlinke ich dir einmal hier rechts oben im Eck ein Video. Da habe ich die App einmal vorgestellt und geguckt, was ist gut an der App, was ist schlecht an der App. Ein paar Nachteile gibt es, wie zum Beispiel würde ich mir ganz gerne eine Order wünschen, dass ich sagen kann, okay, ich kann einen gewissen Preis einstellen und dann Kryptowährungen zu diesem Preis automatisch kaufen. Das geht leider nicht bei Bison. Ich kann nur zeitgleich aktuell jetzt kaufen, aber kann leider keine Order setzen. Und ein paar Sparpläne wären vielleicht noch ganz interessant für den einen oder anderen. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt hier ganz gerne einmal nachkaufen und das Ganze dann einmal zeigen. Und zwar habe ich vor, meine drei geringsten Positionen ein wenig aufzustocken. Das heißt also Bitcoin, Bitcoin Cash und Litecoin. Dann fange einfach mal an mit Bitcoin und dann werde ich jetzt hier einfach mal auf Kaufen gehen. Und bei Bitcoin möchte ich ganz gern 50 Stück haben. Klicke dann hier auf OK und dann ist der Preis, der jetzt aktuell für Bitcoin ist, für mich jetzt reserviert. Noch 6 Sekunden, damit ich das nicht verpasse, drücke ich jetzt auf Bestätigen. Und soeben habe ich für 50 Euro Bitcoin gekauft. Also ganz easy und jetzt kann man hier unten sehen, der aktuelle Wert, ich möchte das jetzt nicht bewerten, beträgt 101,09 Euro. Investiert habe ich jetzt 81 Euro anstatt 31 Euro. Natürlich habe ich dann ein wenig Veränderungen auch in meiner Performance. Natürlich, weil ich den Kurs insgesamt natürlich jetzt ein bisschen erhöht habe. Das gleiche dann noch bei Bitcoin Cash. Da würde ich auch ganz gern einmal nachkaufen und zwar für 25 Euro. So, dann werde ich das Ganze hier wieder einmal bestätigen und zack, 25 Euro für Bitcoin Cash gekauft. Und das gleiche mache ich jetzt nun auch noch für Litecoin. Da würde ich auch ganz gern noch einmal 25 Euro investieren und dann sind die 100 Euro auch schon weg. Ja, also nur ein recht kleines Kapital, um eben zu, ja, nicht zu risikoreich mit den Kryptowährungen zu handeln. Da ist ja doch relativ spekulativ alles noch, ist das ganze Jahr. Also das ist auch hier ein Disclaimer, das ist definitiv keine Anlageberatung oder ähnliches. Jeder ist für sein eigenes Handeln verantwortlich mit seinem eigenen Geld. Deswegen, ich mache das hier immer noch mit einem sehr, sehr kleinen Kapital. Der Hauptfokus liegt natürlich auf seriösen, großen Unternehmen in Form von Aktien oder anderen unternehmerischen Tätigkeiten. Da kann man ja immer ein bisschen mehr investieren. Das soll schon mal gewesen sein für den Video. Nur ein ganz kurzes Update zu den Kryptowährungen, wie es denn lief. Also insgesamt die Performance jetzt trotz meiner Investition, natürlich auch der Erhöhung meiner Einstiegskurse immer noch bei 130% im Plus. Also da kann ich ja wirklich nicht meckern. Und wie gesagt, es ist auch keine Anlageberatung. Und jedes für sein Handeln selbst verantwortlich, wie viel er wo investiert, wenn es denn investieren möchte. Ich packe noch das Video in die Beschreibung, wo ich die Bison-App etwas genauer analysiere, wo man alles so sehen kann, wie was funktioniert. Und ja, auch noch den Affiliate-Link. Ich würde mich natürlich freuen, falls du Interesse hast, in Kryptowährungen zu investieren, kannst du hier sehr gerne meinen Affiliate-Link nutzen, sowie auch meinen Code dafür. Also da kannst du 15 Euro Startguthaben extra bekommen, wenn du innerhalb von 30 Tagen nach der Anmeldung bei der Bison-App mit 50 Euro in Kryptowährungen handelst. Ob du nun 10 Euro in Ripple, Litecoin, Ethereum, Bitcoin, Cash und Bitcoin verteilen möchtest oder nur 50 Euro in Bitcoin stecken möchtest oder in irgendeine andere Kryptowährung, die hier bei der Bison-App angeboten wird, ist völlig egal. Hauptsache irgendwie auf diese 50 Euro kommen und schon kriegst du die 15 Euro gutgeschrieben. Und ja, das soll es auch schon mal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir natürlich alles Gute und bis demnächst.